Heute schauen wir uns ein Business-Modell der ganz besonderen Art an. Und das Einzige, was du hierfür benötigst, ist dein Smartphone. Nämlich geht es heute um sogenannte Stockfotos. Stockfotos könnt ihr im Internet auf vielen verschiedenen Plattformen anbieten und damit passive Einnahmen verdienen. Und ja, tatsächlich gibt es einige Leute, die sich solche Bilder kaufen, um die Rechte daran zu bekommen, dass sie diese auch benutzen können. Denn gerade ich als YouTuber zum Beispiel auch, brauche natürlich ein lizenziertes Bild. Denn ich kann nicht irgendein Bild von Google Bilder nehmen, ohne die Rechte dabei zu haben. Superspannend ist hier die redaktionelle Nutzung. Denn falls jemand ein Bild von euch so lizenzieren lässt, dann könnt ihr auch schon mehrere hundert Euro bekommen dafür, dass eine Person einen einzigen Download getätigt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr macht euch ein einziges Mal die Arbeit hier mit eurem Smartphone. Fotografiert diese Bilder ab, ladet die ein einziges Mal hier hoch und bekommt dann immer wieder aufs Neue täglich passive Einnahmen rein. Das ist an sich eine super, super Sache und deswegen bin ich auch selber in diesem Business tätig. Also, wie funktioniert das Ganze nun? Und zuallererst einmal würde ich euch empfehlen, dass ihr euch wirklich auf YouTube anschaut, wie man mit seinem Smartphone richtig fotografiert. Und viele von euch werden sich jetzt denken, aber ich kann doch schon Fotos mit meinem Smartphone machen. Ja, aber das Ding ist, es gibt auf eurem Smartphone ganz viele verschiedene Einstellungen, mit denen man auf jeden Fall konform sein sollte, um noch bessere Bilder zu gestalten. Dazu gibt es auch von gewissen Fotografen auf YouTube immer wieder den ein oder anderen Tipp, wie man solche Fotos wirklich anspruchsvoller und vor allem bildlich schöner gestalten kann. Und diese Tipps würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, weil wenn ich mir diese Tipps nicht mitnehme und da rausgehe und einfach irgendetwas fotografiere, dann wird das leider auch nicht funktionieren. Und hier kommen wir auch gleich schon zum meistgemachten Fehler. Die meisten Leute schauen sich hier vielleicht auf YouTube ein paar Tutorials dazu an und denken sich jetzt, ja gut, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Fotos, gehe ein bisschen raus in der Natur, fotografiere Gras, fotografiere Landschaften, lade das hoch und hoffe, dass ich dadurch Geld verdiene. Leider sind auf diese Idee schon 100.000 andere Leute gekommen und deswegen muss man da ein bisschen produktiver wie manch andere Leute sein. Ich persönlich empfehle euch, dass ihr hier auf der Seite dropstock.io einfach mal drauf geht, euch ein kostenloses Konto erstellt und einfach mal schaut, was empfiehlt diese Seite hier, was ihr auf diesen Stockplattformen anbieten sollt. Ich werde euch die Seite natürlich genauso wie alle anderen Seiten unten in die Beschreibung anfügen. Hier müsst ihr dann einfach nur oben links auf Keyword Tools draufgehen, dann auf Keyword Research Tool und hier könnt ihr bei dem Search Term einfach mal hier das eingeben, was ihr vorhabt zu fotografieren. Habt ihr zum Beispiel viel mit Tieren zu tun oder habt vielleicht sogar ein Haustier, was ihr fotografieren könnt, dann könnt ihr doch einfach mal schauen, was hier interessante Nischen sind. Und diese Nischen würde ich vielleicht sogar miteinander kombinieren. Also hier habe ich zum Beispiel das Wort White, das heißt Weiß auf Deutsch und wenn ich hier noch das Wort Katze zum Beispiel hätte, dann würde ich hier das Wort Weiß mit Katze verbinden, solange ich auch wirklich eine weiße Katze habe. Rechts auf der Seite sehe ich dann immer den sogenannten Score und umso höher dieser Score ist, umso besser ist auch wirklich dieses Keyword. Das heißt, ich würde hier wirklich schauen, dass ich hier die höchsten Zahlen mir rauspicke. Zum Beispiel hier 21.1 hätten wir hier das Keyword Pet, das wäre dann das sogenannte Haustier oder auch hier 27,7 ist hier der Hund mit dabei und das gibt es hier wirklich für ganz, ganz viele verschiedene Tiere. Hier zum Beispiel 37,3 ist sogar hier die Katze noch und genau so würde ich hier vorgehen, wenn ich solche Fotos machen möchte. Ich kann natürlich auch frei aus meinem Kopf heraus irgendetwas fotografieren, aber seid euch sicher, dass das Ganze sich höchstwahrscheinlich dann nicht verkaufen wird, weil ihr dann der hunderttausendste seid, der mit einem Landschaftsfoto um die Ecke kommt. Anders wiederum, eine weiße Katze hat wirklich nicht jeder, gibt es wahrscheinlich nur 10.000 Mal auf der Seite, ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser, wie das hunderttausendste Landschaftsfoto hochzuladen. Für mehr Geld verdienen Möglichkeiten, inklusive spannende Tipps und Tricks, abonniere jetzt diesen Kanal und vergesse nicht die Glocke zu aktivieren, um immer up to date zu bleiben, wenn ich mal ein neues Video rausbringen sollte. Nun aber, wo kann ich diese ganzen Fotos hochladen? Da gibt es im Internet hunderte Seiten. Die vier profitabelsten sind unter anderem Adobe Stock, Shutterstock, Getty Images und Motion Elements. Hier könnt ihr eure Bilder völlig kostenlos einreichen, um diese dann hier auf dem Marktplatz zu veröffentlichen. So, jetzt gibt es aber natürlich ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt auf diese ganzen Seiten diese Bilder einzeln alle hochladen muss, dann werde ich ja natürlich verrückt, weil dann muss ich ja, wenn ich hundert Bilder habe, auf hundert Seiten hochladen. Das heißt, ich muss zehntausendmal hochladen. Wäre es nicht schön, wenn wir da eine Lösung hätten, mit der wir einfach mit einem einzigen Upload das Ganze auf mehrere Seiten bespielen könnten. Und ja, tatsächlich, da gibt es eine Lösung von Xpix. Xpix ist ein sehr kostengünstiges Tool. Da könnt ihr euch eine Einjahreslizenz holen, so habe ich das zumindest gemacht, und könnt damit dann ein komplettes Jahr lang eure Fotos auf hunderte Plattformen hochladen. Hier sehen wir die Pro-Version. Diese habe ich mir zum Beispiel gekauft. Kostet euch einmalig hier mit einer Jahreslizenz 39 Euro. Dafür könnt ihr dann hier ein ganzes Jahr lang Fotos unbegrenzt auf vielen verschiedenen Plattformen hochladen. Und vertraut mir eine Sache, diese 39 Euro habt ihr schneller wieder drinnen, wie ihr denken könnt. Wichtig hierbei ist natürlich, nicht nur 10, 20 Fotos zu erstellen und denken, ich verdiene damit jetzt schon hunderte Euro. So ist das Business natürlich nicht aufgebaut. Also ich kann euch gleich sagen, ihr braucht hier schon mehrere hundert bis tausend Fotos, damit ihr hier auch wirklich mal dreistellige Einnahmen seht. Aber wie ich schon am Anfang meinte, ist das natürlich eine super Möglichkeit, dass man sich ein einziges Mal die Arbeit macht und dann jeden Monat hunderte von Euros völlig passiv verdient, ohne sich noch um irgendetwas kümmern zu müssen. Diese Geldverdienmöglichkeit und neun weitere findest du unter anderem auch hier in meiner kostenlosen PDF zum Thema 10 Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Du kannst dir diese PDF völlig kostenlos sichern und musst dir keine Gedanken darüber machen, dass es hier irgendwelche versteckten Kosten oder Abo-Modelle gibt. Wenn wir hier auf jetzt Zugang sichern einmal draufklicken, zeige ich dir das dir auch direkt. Du siehst, hier zahlst du wirklich 0 Euro und bekommst dir Zugang zu 120 Seiten wertvollem Wissen zum Thema online Geld verdienen. Diese PDF kann ich dir gleich sagen, möchtest du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, denn hier gibt es auch noch ganz, ganz viele weitere wichtige Informationen zu diesem Stock-Business. Hast du schon mal versucht, mit Stock-Fotografie Geld zu verdienen? Lass mich gerne jetzt unten in den Kommentaren wissen, ob du es erfolgreich umsetzen konntest oder auf welche Schwierigkeiten du gestoßen bist, um dir zukünftig mit meinem Content dabei zu helfen. Sonst findest du jetzt auch noch hier auf der Seite eine weitere sehr spannende Online-Geldverdien-Möglichkeit.